hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Himmel ich bin heute wieder auf die Ticket und heute habe ich beim Wiederspiel Elfener das habe ich ja gestern schon mal gespielt und dann werden wir gleich weitermachen ich glaube gestern war noch die letzte Aufgabe mit einem Dorf verhandeln oder Provinz verhandeln mal schauen Musik Musik Sammelwissen in der Welt Verhandeln in Provinz Begegnungen Also in der Welt Budget A good card again Augenbraue Augenbraue Schreie Ha Augenbraue Augenbraue Ja. 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 Das war dasste. Da. Und hier nehmen wir Siegenfell. Oh, das war es gar nicht. Oh, scheiße. Aber zurückgehend. Oh, das ist schon weit. Hm. Hm. Ist es vielleicht das hier? Ja. Okay, gut. Verhandeln. Supi. Also das ist das Verhandeln. Oh, nein. Und noch ein Wegleuchter. Gebäude war das. Hm, hm, hm. Wo setze ich den hin? Lass mal da hin. Okay. Der zweite Wegleuchter ist fertig. Jetzt noch das Hauptgebäude. Na komm schon, komm schon. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Wenn wir eine Forschung haben, ist doof. Dann hänge ich bei der einen Quest fest. Wie ich bei der einen Spiel auch festhange. Oder hänge. Da war auch so was. Ich habe eine Forschung schon gemacht. Und dann musste ich die auf einmal nochmal machen. Und der hat sich nicht gezeigt, dass ich sie als fertig habe. Das kommt schon aus. Mensch. Das ist ein bisschen doof. Man weiß nicht, wie lange das noch dauert. Es ist nur alles im Bau. Weil es die kleinen Tücher da sind. Aber wie lange noch baut? Keine Ahnung. Ich kann das irgendwo sehen. Oh. Hmm. Hmm. Überall diese Hainis drinnen hier, wo ich letztes mal sagte, da sind bestimmt die Menschen, die sind ja überall hier. Da habe ich letztes gesagt, da sind die Menschen. Na ja, egal. Aber es ist ein sehr großes Gebiet. Oh, hier ist ein Portal. Das ist ein großer Schneemann. Kleiner Schneemann und die Brücke. Na ja. Information. Ach, da steht doch die Zeit. Also wenn man die Zeit wissen will, musst du halt draufdrücken. Information draufdrücken. Information. Dann lassen wir erstmal da. Eins von zwei Bewohnern. Eins von zwei Leute, die Häuser bauen. Das ist es. Hundertvierzig Leute wohnen schon hier. Das Warten ist ganz schön langweilig. Das Warten ist ganz schön langweilig. Ein bisschen rumgucken, was man noch machen kann. Also das ist dein Lager. Das ist das Geld. Das sind die Vorräte. Für Sachen bauen. Wie teuer sind denn die Preise hier. Okay. Das war Baumeisterhütte. Baumeisterhütte. Gebäude bauen. Wohnung, Werkstatt. Ja. Mehr haben wir zur Zeit nicht. Und den Trampelfahrt. Firmen. So. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Stufe 2 ist abgeschlossen. Was kommt jetzt an? Verhandlung, 3 Provinzen. Okay. Jetzt muss ich 3 weitere Provinzen verhandeln. Jetzt weiß ich was es war. Weltkarte. Hier. Und verhandeln. Scheiterein, Stahlmanufaktur oder eine Kaserne frei. Noch mal Forschung. Ach, mit Kaserne haben schon angefangen. Und was war das jetzt da? Starte. Okay. Zwei Getränkeproduktion wird gemacht. Produktion 1. Produktion 2. Jetzt haben wir, wir sitzen da eine Kaserne. Ich glaube, wir sind schon lange über die Zeit hinaus. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich baue jetzt auch die Kaserne. Und dann ist Schluss. Ich glaube, ich habe das gleich. noch hier auch. Ich wähle jetzt erst mal mein Ticket ab, weil es müsste eigentlich schon lange fertig sein. Ticket, 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 da ist es. Also, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.